Oh, hi, hallo, wieder. Heute mal wieder Minecraft auf dem Server HiveMC.com. Ich spiele Crankhead wieder und ich werde mit dem Schwert anfangen hier. Ja, werde ich mir jetzt mal keinen suchen. Ich gehe mal ein bisschen im Pussyhafen, dass er dann sofort im Sinn ist. Ich bin zur Seite gesprungen, zwei Meter, und er hat mich trotzdem getroffen, okay? Jetzt finde ich immer verwunderlich, wenn die mich treffen, obwohl ich zur Seite gehe. Jetzt weiß ich auch nicht, woran das liegt. Man weiß schon, die Kills kriege ich dann auch nicht, verstehe ich auch nicht irgendwie. Hat er den Last-Hit gemacht? Na, wir wollen ja nicht flamen hier, aber manchmal finde ich schon ein bisschen... Ich weiß, dann hittet der mich irgendwie, obwohl er mich gar nicht sieht. Das finde ich auch immer komisch. Das ist halt, ja, manchmal so die Bugs ein bisschen auf den Servern. Und weißt du, die schlägt mich fünfmal, wenn ich sie nur einmal schlagen kann. Und das haben sie auch vor dem Spiel geschrieben, das ist ein Hacker. Vielleicht mal auf den Bogen umsteigen und ein bisschen campen. Der will auch nicht mehr sterben, ich mach fünf Hits. Alter, man. Killstreak. Hier sozusagen. Die Arme springt da, ich bin schon ganz kürrisch. Wer hat den wieder gesteilt? Ich mach drei Hits drauf, der vierte kommt irgendwo mit dem Bogen her, ey. Hatte der gerade einen Bogen und ein Schwert? Sah irgendwie so aus. Ne, und sowas sind dann auch Pisser, die dann von hinten kommen, sind einfach Wichser. Muss man einfach mal so sagen. Echt arm, sowas. Okay. Wie trifft der, weil, ich, ob man das nötig haben muss. Weißt du, das sind einfach, fragt mich echt, ja, ob das sein muss. Und dann ist die Runde auch schon vorbei, hier, wirklich toll gemacht von den Gegnern, nicht immer von hinten abgeschlachtet. Das war, ja, wirklich die schlechteste Runde, die ich hier je gespielt habe, aber da kommt man einfach nicht ins Spiel, wenn man schon von Anfang an gleich abgeschlachtet wird von hinten. Und, ja, jetzt werde ich gleich nochmal eine Runde spielen hier. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDMM-Hackerteam machen Auch nicht schlecht Schwert am Start Zwei Kills abgestaubt hier Sondern glaubt auch zu viele Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er trifft mich immer schon auf ziemlich weite Entfernungen wo ich noch gar nicht schlagen kann Jetzt bin ich immer verwunderlich hier Weiß ich, der hat sich gerade umgedreht, habt ihr das gesehen? Die hat sich umgedreht und mich dann irgendwie noch gekürt Also, ich würde es doch gar nicht so schlecht glauben Halt kaum Schaden, Kassiersch Nicht viel Killed Ein bisschen rum Kann ich auch gleich tot gewesen sein, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kein Schaden Ah schade 9 Kills, ja ist ganz okay, wir spielen nicht so lang So, aber also dann, bis zum nächsten Mal, lasst wie immer Bewertung klar So